Maximus 5.0 ein neuer Receiver der Gen. Er macht den normalen Fernseher smart und ergänzt etwas. Netflix, YouTube, Spotify, soziale Netzwerke, Radio, Karaoke. Über 260 Fernsehsender. Russische, deutsche, ukrainische, baltische, weißrussische. Ohne Abonnementgebühr, ohne versteckte Kosten. Receiver der neuen Generation Maximus 5.0 günstig bei Kaufbay bestellen. Einmal zahlen, ein Leben lang nutzen. Maximus 5.0 mit Fernbedienung. Steuerung mit Batterien und vorinstallierten Komponenten. Anleitung in russischer und deutscher Sprache. Es ist nichts zusätzlich zu kaufen. Warum sollte der neue Maximus 5.0 Receiver in jeder Familie sein? Erstens Einsparungen. Sie erwerben den Maximus 5.0 Receiver und schauen über 260 Fernsehsender über Satellit und über 100 Fernsehsender über das Internet ohne Abonnementgebühr. Einmalige Zahlung. Verfügbarkeit der Kanäle? Maximus 5.0 verfügbar? Deine Lieblings. Russ. DT. Ukraine. Bald. Weißruss. Nicht überall verfügbar. Der zweite Vorteil ist die Leistung. Maximus 5.0 arbeitet sehr schnell. Hier gibt es einen großen Arbeitsspeicher für Anwendungen, Fotos und Videos. Sie können sie hier aufbewahren und überprüfen. Stimmt so. Dritte. In Maximus 5.0 gibt es ein neues VLAN-Modul. Zum Beispiel können Sie wichtige Dateien drahtlos von Tablets, Smartphones und anderen Geräten auf Ihren Fernseher übertragen. Leicht und simpel. Außerdem sind in Maximus 5.0 bereits die beliebtesten Anwendungen integriert. Netflix, BMTV, Spotify, YouTube. Filme, Serien, Interviews, Musik schauen. Maximus 5.0 hat auch soziale Netzwerke. Die Kommunikation mit Verwandten und Freunden weltweit wird bequemer. Und das ist noch nicht alles. In Maximus 5.0 gibt es jetzt Radio und Karaoke. Schließen Sie ein Mikrofon an und singen Sie Ihre Lieblingslieder. Der neue Maximus 5.0 unterstützt auch Airplay. Jetzt können Sie Daten vom iPhone auf das Maximus 5.0 in Sekundenschnelle anzeigen und übertragen. Sie können den Fernseher als Monitor benutzen, um Videos oder Fotos auf dem Mobiltelefon anzusehen. Maximus 5.0 ist kompatibel mit allen Musik- und Videoformaten. Maximus 5.0 ist kompakt. Benutzen Sie es überall. Nehmen Sie es mit nach Hause, in den Urlaub, auf die Datscha. Nimmt nicht viel Platz ein. Sieht stilvoll und modern aus. Rufen Sie jetzt an. Bestellen Sie den Empfänger Maximus 5.0. Günstig, klug, gut. Er macht einen normalen Fernseher smart. Fügen Sie Netflix, YouTube, Spotify und Source News hinzu. Radio Karaoke und über 260 Fernsehsender. Russische, deutsche, ukrainische, baltische, weißrussische. Und das alles ohne Abonnementgebühr, ohne versteckte Kosten.